3, 2, 1 und... 7! Oh mein Gott, Junge! Was ist das für eine Scheiße? Das könnte nicht sein! Wird sich das zweite Mal in Folge 7? www.scheißboxer.shop Jetzt erhältlich Die Scheißboxerbox Erhältlich ab dem 1.10.2019 Um 15.15 Uhr Ey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei meinem Video hier auf meinem Kanal Ja Freunde, heute gibt es eine Folge Boilersatz Freunde, heute habe ich richtig Bock Leute, wir sind mal wieder auf einem neuen Account Leute, ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass dieses Video nicht um 14.15 Uhr kommt Weil es gibt Probleme mit Apple und so Ich konnte kein iTunes aufladen, pipapo Werde ich euch gleich nochmal genauer erzählen Leute, wir gehen mal kurz auf diesen Account Ihr seht, ich habe 5 Baller Ich habe heute Morgen im Halbschlaf einfach mal aus Versehen eine Gratisbox geöffnet Und da kam Poco raus Richtig unkorrekt Leute, ich habe 1250 Jams Damit werden wir heute ein krasses Opening machen Ich denke, ich werde dir noch das Willkommenspaket kaufen Und jetzt erstmal diesen Baller hier einfordern Ich habe mich auch 500 Trophäen gepusht Das heißt, ich würde sagen, wir coachen gar nicht lange Sondern fordern erstmal den ersten Baller ein Let's go Hier haben wir ihn richtig frisch Willkommen in unserer Sammlung, Jesse Leute, jetzt haben wir einfach 6 Baller Oh mein Gott Stellt euch mal vor, wir ziehen heute was richtig krasses Leute, bevor dieses krasse Opening losgeht Möchte ich erstmal von jedem von euch Aktiviert die Glocke und abonniert diesen Kanal Bitte abonniert den Kanal, die kommen jeden Tag Krasse Worts aus Videos, Leute Ja, macht es auf jeden Fall Und gibt diesen Video jetzt im fetten auch noch oben da 2000 Likes Minimum Let's go, Leute Ich würde sagen, wir kaufen erstmal das Willkommenspaket So, Willkommenspaket ist jetzt gekauft Let's go, kauf bestätigen Und wir sind startklar Oh mein Gott Los geht's Hier haben wir die 170 Jabs Oh mein Gott, das wird so ein krasses Opening Leute, ich fühle, dass das heute mindestens 7 verbleibende Gegenstände drin sind Let's go Erste Megabox und wir haben 3 verbleibende Gegenstände Alles klar Okay Nächste Megabox Und wir haben 6 Oh mein Gott Leute, was meint ihr? Ab in die Kommentare, was ist da drinne Ich glaube, das muss jetzt ein seltener sein Und der ist Boxer Nice Braungebrannt 120 Kilo Handelwagen Leute, der Scheiß Boxer, Leute Apropos Scheiß Boxer www.scheißboxer.com Shop, ihr wisst Bescheid Könnt euch den Merchandise So, das war die ersten bei Megabox Okay, jetzt können wir eigentlich noch das Level 5 Paket auch noch dazu kaufen Ich meine, hier sparen wir auch nochmal was So Leute Einfach mal Level 5 Paket auch noch gekauft Auch entspannt 80 Gems Nächste Megabox und 5 Okay, Leute Ich habe heute im Gefühl, heute kommt was krasses Heute kommt was krasses Ich spüre das Leute, spürt ihr das auch Schreibt ab in die Kommentare Wir haben auch 1511 Gems Let's go Nächste Megabox Und wir zielen 6 Leute, ich will heute hier eine 7 haben Oder eine 8 Und wir haben Okay, let's go Hier haben wir einfach mal Rico Willkommen in der Sammlung, mein Freund Und ab jetzt können wir alles zielen Und jetzt ist alles drin Legendär Pipapol Und ihr wisst Bescheid, Leute Let's go Nächste Megabox Wenn ihr mehr Bock habt auf solche Openings Daumen hoch oben da lassen Ab unten in die Kommentare Und wir haben 5 Leute, ich spüre das einfach, dass das heute das krasseste Opening ever wird Und wir haben Tara gezogen Oh mein Gott Leute, was ist da los? Einfach mal Tara Ich sag euch Das wird richtig krass das Opening Oh mein Gott Die nächste Megabox Einfach direkt hinterher 5 Oh mein Gott Ist das krass Alter Verwalter Leute Ich pack's nicht mehr Wir haben jetzt schon allein 9 Waller Okay Let's go Nächste Megabox Einfach mal hinterher Habt ihr auch Bock Dass immer krasse Openings kommen Wir wissen was wir tun Und wir haben 5 Alles klar Gar kein Problem Leute Wir skippen ganz schnell durch Und öffnen wir einfach mal die nächste Megabox Und 5 Leute Dieses Opening Wird einfach richtig heftig Ich hab's echt im Gefühl Leute Wir haben noch 1143 Gems Das ist noch ein Wert von Über Leute Können wir kurz gucken Leute Wir haben hier einfach noch ein Wert von über Ich würde sagen 60 Euro Ist hier locker drin 65 ist es knapp Jetzt noch wert Die Gems Die wir jetzt auch haben Leute Hier steckt richtig Geld drin Nächste Megabox In 3 2 2 1 Und 5 Jetzt spart ich das Glück auf Leute Gleich haben wir mal 7 oder 8 Ich hab's im Gefühl Leute Ich hab's im Gefühl Und 3 2 1 Go 7 Ich hab's euch gesagt Ich hab's euch gesagt Wir schaffen das heute Let's go Let's go Will ich mal sagen Erstmal wird den Schluck getrunken Bevor wir das öffnen Oh mein Gott Ey Oh mein Gott Ich hab's im Gefühl gehabt Ich sag's euch Wir schaffen's Oh wir schaffen's Oh jetzt trock ich alles voll Let's go Ist das krass heute Ey Oh mein Gott Erstmal ein Schluck Wasser hier rein So Leute Ab unten in die Kommentare Was meint ihr Was ist da drin Ich bin so gehalten Ich hoffe ihr auch Ihr spürt die Boxer Energie Leute Let's go Wir skippen durch Oh mein Gott Ich bin gespannt Ich bin echt gespannt Da kann jetzt Zwei legendäre Baller Könnte jetzt drin sein Ist einfach 7 vor bleibt Gegenstände Leute Was ist da drin Und wir zielen Okay Penny Nicht schlecht Nicht schlecht Und wir haben Oh mein Gott Junge Was ist da los Einfach mal Mordtest gezogen Leute 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 Ey Das kann nicht wahr sein Ist das ein krasses Opening Guckt euch das mal an Zwei seltene Baller Erst aber schon Zwei müßliche Oh mein Gott Ey Ich glaub Mein Schweinfalt Ich kann es mehr Leute Das wird so krass Dieses Opening Okay Leute Nächste Megabox 3 2 1 Und 5 Meine Stimme Kommt die nächste hinterher 3 2 1 Komm 6 6 Ist okay Dann wird sie was neues Leute Ich glaube das wird jetzt die Boxerin sein Aber ich hoffe natürlich Dass es nicht Bali ist Und nicht die Boxerin Sondern jetzt Einfach mal Leon Und wir haben Oh Es ist doch Bali Okay Das macht gar nichts Wir können immer noch Was krasses Wir können immer noch 8 drin haben Komm 3 2 1 Gib uns 8 6 Okay Das ist jetzt nicht so gut Aber Komm Was haben wir Die scheiß Boxerin Das wollten wir jetzt nicht Aber Leute Macht nichts Wir können immer noch Krasse Sachen ziehen Leute Nächste Megabox Kommt in 3 2 1 Und 6 Leute Was ist das für ein Opening Alter Junge Wir ziehen schon wieder was krasses Es kann mindestens seltener sein Und Leute Ab unten in die Kommentare Von jedem Jetzt Was meint ihr Was ist da drin Und ballert den Like Ich will jetzt von jedem Fetten Like Sehen Leute Und abonniert diesen Kanal Und aktiviert die Glocke Für mehr krasse Videos Wir schauen einfach rein In 3 2 1 Und wir haben Oh mein Gott Die Großmutter Ich glaub es nicht Schon wieder Ein epischen Was heißt Wie das ist der erste Oh mein Gott Leute 13 Gems Oh Gott Ist das heftig Heute Ist das heftig Leute Nächste Megabox In 3 2 1 Und 5 Kann doch nicht immer so krass zugehen Leute Ich weiß nicht was ich dazu noch sagen soll Leute wir knallen hier so krasse Sachen raus Wir haben immer noch 612 Jams Leute Das ist immer noch ein Wert von Von 35 Euro Glaube ich zumindest Etwas mehr sogar Heute nächste Megabox 3 2 1 Und 7 Oh mein Gott Junge Was ist das für eine Scheiße Das kann es nicht sein Leute wir ziehen das zweite Mal in diesem Video Sie haben eine Gegenstände Oh mein Gott Junge Ist das krass Ist das krass Ich glaub es nicht Leute 2000 Likes sind Geschichte Ich will hier 4500 sehen Leute 4500 Oh mein Gott Ist das ein krasses Opening Komm Wir hauen rein Leute wir hauen rein Okay Seid ihr bereit Schreibt mir jetzt ehrlich unten in die Kommentare Was meint ihr Was ist da drinnen 3 2 1 Und Darryl Darryl ist der erste Und der zweite ist Genie Oh mein Gott Junge Wir haben alle Mystischen Voll Leute Alter 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 Ist das krass Ist das krass Leute Nächste Megabox 3 2 1 Und 5 Oh mein Gott Leute Nächste Megabox Komm wir öffnen sie einfach 3 2 1 Und Gib mir 5 Okay jetzt gönnt er nicht mehr Jetzt gönnt er nicht mehr Aber Leute wir haben noch ein paar Jams Wir haben noch ein paar Und der erste wieder dazu bekommen Leute wir haben noch Wir haben noch gut Jams Leute wir haben noch 22 Euro wert Leute let's go 3 2 1 Und abfahrt 5 Komm gönn uns Jams Gönn uns Gönn uns Gönn uns jetzt Jams Ah Keine Jams gekönnt Okay Leute Nächste Megabox Komm jetzt Jetzt nochmal was krasses Und 5 Ja jetzt will er nicht mehr geben Jetzt gönnt er nicht mehr Oh Ereignis Tickets Leute die brauchen wir gar nicht Komm wir können hier noch 3 Boxen öffnen 1 2 Und 3 5 Oh jetzt kriegen wir Powerups Okay Jams meine ich natürlich So Leute Okay Wenn da jetzt nicht Jams drin sind Ist das die letzte Leute Komm 3 2 1 Und was meint ihr Jetzt schreibt es in die Kommentare Ziehen wir da jetzt noch was krasses raus Oder nicht Ja oder 3 2 1 Go Und Komm 5 Okay Der wird jetzt nicht mehr geben Der gehört jetzt nicht mehr Da Leute wisst ihr was Wir laden jetzt hier einfach nochmal Jams auf So Komm nochmal für 10,99 So Leute Wir sind startklar Einfach nochmal Jams aufgeladen So Jetzt können wir noch Schön entspannt 3 Mega Boxen öffnen Auf meinen Nacken Leute Abonniert alle diesen Kanal Los komm 3 2 1 Und 5 Na Gönnt er jetzt nochmal Gönnt er nochmal 15 Jams Alter Er hat er mal eben gehen können Okay Nächste Mega Boxen direkt hinterher Und 5 Leute ich glaube Lack ist aufgebraucht Komplett aufgebraucht Aber was mach ich denn hier Leute Letzte Mega Box 3 3 2 2 1 Und 6 Wir ziehen nochmal was hinterher Ist das jetzt das Glück Dass wir noch einmal Legendären ziehen Leute zum schluss jetzt nochmal Legendären Komm Ab unten in die kommentare Leute es gibt durch bis 1 Was meint ihr was ist da drinne So wir ziehen jetzt Leon Und es ist Okay Kali Kloschüssel Ist auch okay Leute Ich will mich nicht beschweren Ja gut Leute Wir können ja nochmal Die letzten Braille Boxen öffnen Und dann war es das auch Komm jetzt ziehen wir hier nochmal Was krasses draus Ne da kommt nichts draus Da auch nicht Komm die letzten Die skippen wir jetzt hier so durch 3 Jams Und da auch nicht Da auch nicht Ja gut Leute Ich würde Oh wir können jetzt auch In eine große Box Bevor ich mich jetzt verabschiede Leute Letzte große Box 3 2 1 Und 3 Ich glaube das ist nichts Ne das war nichts Leute ich würde sagen Das war es jetzt mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Lasst dem Video einen fetten Daumen da Ehrlich unten in die kommentare Was sollen wir als nächstes drehen Und vergesst diesen Kanal zu abonnieren Dankeschön Ciao Und bis dann Dann tände ich Ciao kakas und tschüss Uuuh Outro 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 Outro